hallo liebe freunde hier sei genau herzlich willkommen zu einem neuen gefecht hier von die schlachter mit leider 1 dabei der liebe grilli hallo grüß ja wir spielen heute auf ruhe meine lieblings map damals das letzte mal gespielt mit dem scream glaube ich an hey mit meiner freundin und altea das ist auch noch ein gedächtnis und heute spielen wir es mit grilli und zwar mit der konstellation hier vier spieler zusammen in einem team und los geht's das wird ein erlebnis habe übrigens das vergessen hallo lieber gehend hallo ja mal gucken ich bin sehr gespannt okay das ist ja sehr interessant das ist sehr interessant ja ach du scheiße es wird sicher ein bisschen lecken glaube ich ja das kann gut sein aber schwamm drüber machen wir mal so top und dann so ja ich bin auf meiner standard position ganz unten wie ihr das von mir gewohnt seid ich habe die karte mal mit meinem größeren mit meinem älteren bruder gespielt wir hatten beide keine ahnung von dem spiel damals ja und sind gegen 1 2 3 4 1 2 3 wieso sich ich sehe ach einer wurde aufgedeckt okay ich verstehe ich verstehe okay dann bist du isengard einer einmal mindestens ja ja okay jetzt verstehe ich und du auch einmal also einer von dir ist auch isengard echt ja ich habe mich schon umgeguckt kollege bratwurst kollege bratwurst ja genau ja ja ich habe mir schon gedacht habe ich jetzt 1 zu viel in meinem team gepackt wäre natürlich ziemlich fair gewesen ich war sehr verwirrt ich war sehr verwirrt boah ey die haben schon alles zugebaut die haben schon einen helden hau cheat und du hast einmal mordor im team aha wasser ach bist du mordor ja deshalb ist das da so stehen geblieben kannst du dein auge nicht besser kontrollieren nee dann weißt du jetzt wer ich bin zuhören isengard nee ja bist isengard ja 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 hast du grad mit meinem auge hier echt ach mit deinem ja ja ich habe nicht aufgepasst es ist zwar noch früher morgen wir haben 9.09 aber du bist schon seit 6 Uhr wach also ich bitte dich ja ich muss jetzt trotzdem zuerst alles bauen hoch mit euch ihr maden verschwendet teile zeit geils fragen wohl ach was brauche ich denn nochmal hoch mit euch ihr maden ach schwächen das ist scheiße schwächen sind kacke ach eine neue horde orcs ja jetzt alter was geht denn da schon ab und ihr hast rohan im team ok also mordor rohan isengard und gondor lol du hast einmal alles mhm das ist ja cool meine waren nicht so kreativ isengard isengard und rate isengard ich sag ja sehr kreativ 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 er war ja richtig schon die post am abgehen nur hallo weiß kommst du mal bitte blau äh grau zu hilfe dange ach stressig hallo wie sie jetzt schon kommt hallo 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 okay du redest nicht so viel weil du dich jetzt wieder konzentriert hast. Ja das ist korrekt ja gerade nicht so weißt du doch oft am labern und jetzt ja ich muss ja 3 haben nicht dass mir in den Kommentaren steht der Grilli braucht 5 KIs vielleicht gewinkt er dann gegen Gendor jetzt hat er 3 aber ich hab auch 3 meine nicht auf schwer machen sollen ist natürlich was dran da ist natürlich was wahres dran so das hätten wir schon mal erledigt das ist gut dann machen wir so bist du gelb gelb ist dein Kollege ernsthaft ja ach ja stimmt als wenn ich mich da mitten in die Mitte setzen würde ist doch lebensmüde ist doch so zauber kann ich da jemandem helfen da rein los ah eine neue Horde aus da rein eine neue Horde aus da rein los ah eine neue Horde aus dann baut dann baut er da auch was auf dann baut er da auch was auf wir haben ein Gepirnstall freigelassen wir haben ein Gepirnstall also wenn du mir jetzt nicht wenn du mir nicht zugehört hast dann bist du selbst schuld okay Moment Moment ah du bist Rohan ja ist aber schnell drauf gekommen da eine neue Horde aus sehr schnell drauf gekommen ja ist ja lange gedauert mhm seid ihr bereit eine neue Horde aus also wirklich bleib Wasser ihr glaubet nicht gut hier helft Wiesengard und dann dann ein bisschen aufbauen ein schöner Troll break me to fight an der Leakon da rein los die Orkgrube erweitert dann versuchen wir Gendor dann zu überraschen wir haben ein Gepirnstall freigelassen zu überraschen mit was das wirst du dann sehen wenn es so weit ist ich bin gespannt Olifanten wahrscheinlich vielleicht die sind teuer Mh Wollte ich nur sagen also so weit gehört ja auch zu mir geil die rücken da ja oben richtig vor du jup krass sehr stark äh wo ist Meri ach da mittendrin so so wir haben den Trollmäßig vergrößert hopp wir haben den Trollmäßig vergrößert wir haben einen Gepirnstall freigelassen macht euch bereit da rein los achso du lebst noch ja ja ne nicht du da rein los da du noch lebst das ist mir klar da rein los äh 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 immer sauber das ist natürlich entspannt dann machen wir das jetzt erst und dann das hier auf jeden bin gespannt ob das funktioniert was ich vorhabe ja du ich auch darauf bin ich auch sehr gespannt und irgendwie habe ich da meine Zweifel oder so ich habe auch meine Zweifel aber wird schon funktionieren das also ich ich glaub dir das mal so meine Süßen auf geht's auch vielleicht hat der Troller gemacht ne ne glaub ich auch nicht ein hei 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 na gut von einem bauer ich gehe kaputt seid ihr bereit das ist frech seid ihr bereit du hast dich bisher noch gar nicht eingemischt oder ja späre sehr gut ja ja das werdet rolle in ruhe stürzt sich überhaupt nicht so gefühlt immer noch was ach so ach jetzt okay alter so den kompletten kommandeurs mit treu gemacht ja geht natürlich auch das ist natürlich auch eine möglichkeit aber meine armee der toten macht trotzdem kurzen prozess mit deinen trollen das weiß ich ist natürlich eine idee die du da anwendest das finde ich ehrlich gesagt sehr frech die schützen mein gebäude boah das ist doch nett ach da schön ihr seid ja doch da freut mich sehr das freut mich sehr sooo nein falsch zauber den isengard rüstet schon aus jo wirklich aber ja ja Da ist der Feind, was soll mir tun? Gegen deine Trolle komm ich nur mit Helden klar, ohne Witz. Hoch mit euch, ihr Maden. Jetzt wird gekämpft. Sehr gut. Ich hab da schon mal drauf gemacht. Wir haben ihr Lager zerstört. Ach, doch bisschen Land. Ah, eine neue Horde aus. Ah, eine neue Horde aus. Entsendet alle Treppen. Eine neue Horde aus. Ist ja witzig. Sowas kann natürlich nicht vorkommen. Äh, stimmt. Mal heilen, liebe Freunde. Und dann wollen wir mal los. Alter, ey. Wobei deine Trolle sind alle ziemlich angefressen. Ne? Ja. Der Feind! Der baut jetzt gerade alle Tümer auf. Ja, ja, ja. Das ist das Lager des Heizens! Ja, ja, ja. Der Feind! Der Feind! Ja, ja, ja. Scheiße, du hast ja nichts zu tun. Verdammt. Das hat sich spät aufgefallen. Der Größer! Eine neue Horde! Zuhören! Arx! Da rein! Los! All deine Trolle sind tot? Ja. Krass. Hat dein Plan funktioniert bis hierhin? Nö. Wieso? Das war doch ein guter Run von dir. Nicht? Der nächste für den Lieblings ist noch. Ja, das sollte ja. Also... Schatz. So hast du es bei dir also aufgebaut, ne? Nö! Was denn? Oh neu, die sind doch echt Banane. Machst gerade einen verkündeten Punkt. Das ist korrekt. Ärgert euch das. Was? Ja, das ist Verbündete. Okay. Was ist denn Verbündete? Die haben dir mitgeheufelt. Was? Ja, das ist mitgeheufelt. Gut. Ich habe keine Vorstoffe. Wobei, werde ich mal aufheilen. Mal schauen. der alte Braugr ist hier ein Name. Auf der Erde. Ich bin jetzt in der Sorge. Wir passen den Sturm nicht auf. 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 Wir haben neue Horde. Es hat mir gefallen. Ich bin jetzt in der Sorge. Hier oben. Da oben. Oh, Saruman. Oh, dein, Saru, dein, äh, dein Hexenkönig, wie heißt du? Du bist mir eigentlich... Ich wollte gerade sagen, du musstest doch genug Geld haben. Ich wollte gerade sagen, du musst genug Geld haben. Ich wollte gerade sagen, dass du genug Geld haben musst. Okay. Ich habe den Gegenschein gebeten, die sind Zeiten hier bevor und wurde. Blau dauert sich ein bisschen mehr auf. Weiter ist Saruman, das ist gut. Und Oblug, ja dann. Die sind ausgerüstet, die mit schwerer Rüstung, na top. Dann hoch hier, los. Dann hoch hier. Gimli kann nachrücken. Ist das so? Dunkelheit? Nicht mit mir. Seid ihr bereit? Er ist noch Stufe 5. Kacke. So. Zieht nicht gut für mich aus. Momentan nicht? Ne. So. Kommt verbessern wie die eine Truppe. Ach du heilige, was kommt da denn angeböst? Ach was mach ich denn? Loll. Legolas geht mit den Messern auf den Nazgul. Ja, hat auch eine Wirkung, oder? Ja. Da kann Tim hinterher. Ich war das fast. Guck mal, der schlägt da drauf. Nicht mehr. Schade. Mach euch bereit auf sie. Hoch mit euch, ihr Magen. Boah, meine schönen Bogenschützen da. Ich hab das falsche gedrückt. Ich wollte eigentlich das machen. Gegräß noch Sand. Das Lager unseres Verbündeten ist gefallt. Ach, meine Güte. Stressig. Ne, aber wie immer bin ich voll am Einlosen. Ja, aber warum? Ich versteh's auch nicht. Weil ich versteh, ich kann's auch irgendwie nicht verstehen. Weil Mordor ist ja nicht schwach. Ne. Mordor ist die stärksten eigentlich, wenn du so willst. Entweder ich bin einfach dumm. Ich glaub du hast einfach zu lange gebraucht mit deinen Trollen da. Ja. Die Welt der Menschen wird unter uns. Muss halt... Ja. Weiß ich auch nicht. Haben sie es geschafft. So, da steht ein End. Ach so, die kämpfen da noch. Du Hai. Schrecklich, hey. Scheiße Entsehen. So. Schau mir mal meine Trollen an. Die Berserker machen meine Trollen fertig. Das sind aber mega viele Berserker. Krass, Alter. Wie viele Ollokheils du da hingeschickt hast. Und die einfach mal alle down sind. Krass. Ja, weiß ich nicht. Die müssen sich mit Führerschaft auch erstmal hochleveln. Deswegen hab ich halt immer den Hexenkönig dabei. Aber die sind halt schon stark, ne. Gegen Wurks. Siehst du ja, wie viel Devils die da machen. Ich weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht, Mann. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Sehr gut. Alter, deine Bataillone sind Stufe 10. Oh, ja. Ich hab das wahrscheinlich mit den Führerschaften nicht richtig gemacht. Die Hand seines Gassen übersehen kann ich sagen. Was kommt denn da jetzt? Was ist dein Ernst? Alter, dein Aragorn ist Stufe 7. Alter. Wie ist denn das balanced? Da ist der Feind. Was soll ich denn? Was soll ich denn sagen? Wir werden angegriffen. Drei. Drei Schläge. Welche Level hatte dein, äh... Fünf. Fünf? Jo. Jo. Ich hab ihn auf allen Fronten verloren. So. Kann ich eigentlich nur mir zugucken. Gelb wehrt sich ja noch ordentlich, ne? Sag mal, ist auch schon der FIFA, wie? Und ist Stufe 2? Ach, wobei, wir haben ja mehrere über diesen Platz. Ja. Haha. War im Himmel! War im Himmel! Ich glaube, wir haben sie in den Beruf immer. Aber dann war er ja fast gefettet, so. Sind sie das? Ist das dann breit? Das Schlager wird angegriffen! So. Das ein. Und wechseln sie. Uhu. Ja komm, dann beend ich's jetzt. Ich bin nicht so einer. Hehehehe. Ich bin nicht so einer. Alter, ich werde überall überall ran. Und die Armee der Toten. Ach, die hab ich hier einfach jetzt im Wader dabei kommen. Wollt's mal. Oh. Okay, jetzt ging meine Einheit nicht mal mehr Damage, wenn die da von weggeschleudert sind. Ich glaube, ich muss mir ein paar Guides auf YouTube anschauen. Hehehehe. So Mordor-Schlacht, du mitleine Eins-Guide. Nein, ich hätte geglaubt, ich mach'n... Ich hab' ne gute Idee mit dem Troll-Rush und dann hätte ich... äh, die ganzen Helden dazu geholt. Aber hat nicht funktioniert. Das ist ja mit der Toten macht doch alleine das Lager. Da muss ich gar nicht mehr hin. Hehehehe. Wo sind denn meine zwei O-Lokai hin? Die sind schon tot. Hä? Die hast du runtergeschickt, die kam mir entgegen. Okay. Ja. Die kam mir entgegen. Ich glaube, ich muss mich mit deiner Freundin gegen dich verbünden. Hehehehe. Hehehehe. Und irgendwann... ... ist das dann so ein. Hehehehe. Na guck. Das Gefechtigen jetzt größer als das letzte. Hehehe. Unsere Verbündeten sind besiegt! Nein! Hehehehe. Was macht hier entlang meine Freunde? Doch. Sie greifen uns an! Ha! Ha! Hast du jetzt die Elben auch noch geholt, oder wie? Ja. Gönn dir. Naja. Ja, es war einmal wieder eine sehr interessante Lektion für mich. Ja, also... Ich weiß auch nicht... Ich weiß nicht, was du noch anders machen könntest. Ja, mit den Führerschaften. Besser arbeiten. Vielleicht mit den Trollen ein paar Ork-Bataillone mit, damit sie fressen können. Ja, das könnte funktionieren. Definitiv. Na dann, meine Freunde. War heute ein kurzes Achtergefecht. Bin ich gar nicht gewöhnt. Ne, ich auch nicht. Ja, für ein Gendor ist es gelaufen. Für mich nicht so. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Pfiat euch. Euer Kelly. Ja, von mir auch. Ich hoffe, euch hat dieses Gefecht gefallen. Äh... Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Euer Gendor. Aufgeben und auf dann, mal mehr Toru. Ich hoffe, du kannst dir' ich Podcast mal neben dir ist. địch ist gar nicht total. Ihr seid über jedes Mal wieder.